Zwiebelichtige Gestalten Du gehst nach Gotham. Wieso? Aus mir kriegst du nichts raus. Du weißt, wie wir 50.000 Volt tun, oder? Die holen ihn aus den GCPD raus. Du kannst es nicht mehr aufhalten. Warum so pessimistisch? Sie hätten mal fragen können, warum Sie das Ding mit einer Selbstzerstörung ausstatten sollten. Das war nie ein sonderlich beliebtes Wort im Mr. Waynes Vokabular. Ach ja, die verbissene Unnachgiebigkeit, die wir so sehr liebten. Diese Jungs da allerdings wirken sehr nachgiebig. Sie pfuschen herum, Mr. Grayson. Vielleicht sollten Sie einschreiten. Was zur Hölle geht da oben vor? Wieso steche ich in einem dunklen Aufzug fest? Wir haben den Strom gekappt, wie Sie wollten. Danach, ihr Turtel, den Strom kappen, nachdem ich draußen bin. Ups. Ich brauche Meldung. Was geht da vor? Sorry, Boss. Daraus wird so schnell wohl nix. Verflucht, warum nicht? Weil wir gerade vermöbelt wurden. Moment, wer... Oh nein, nicht du. Der einzig wahre Oz. Hör mal, entspann dich. Wird nicht lange dauern, dich wieder hinter Gitter zu bringen. Verpiss dich, Milchgesicht. Ich liebe es, wenn du wütend wirst. Okay, ich habe Zugriff. Sie sind gut, aber nicht gut genug. Ich kann den Strom umleiten, aber dazu müssen Sie ein paar Verteilerdosen in den unteren Ebenen neu verkabeln. Bin dran. Okay, Verteilerkasten neu verkabelt. Gute Arbeit, Mr. Grayson. Bleibt noch einer. Oh, das Brautpaar bestellt Grüße. Miss Gordon... Verzeihung. Miss Gordon Drake war so frei, uns einige Fotos zukommen zu lassen. Der Inselurlaub scheint erholsam zu sein. Das wärmt das Herz. Strom wird wieder angestellt. Ja, das Licht geht wieder. Ich komme hier raus, Milchgesicht. Ich kann schon die Willkommensparty hören. Mr. Grayson, es gibt ein Problem. Zwei Hubschrauber setzen auf dem Dach Verstärkung ab. Ich halte den Aufzug auf, aber sie werden nicht lange brauchen, um ihn da rauszuholen. Ich halte sie auf. Oh, und wenn sie schon dabei sind, knipsen sie das Licht aus. Nein! Bereich gesichert, Lucius. Setzen Sie den Aufzug in Gang. Hey, Boss, wir holen Sie da raus. Ach ja? Wo ist Nightwing? Der ist hier. Wollen Sie vielleicht Hallo sagen? Haha, das wär' ich. Ja, das darf doch nicht. Sehr verbunden. Sollen wir den Scheinwerfer auf dem Dach reparieren? Das Symbol austauschen? Was meinst du? Danke fürs Angebot. Aber ich helfe nur aus. Hey, Kurzer. Wir hatten dich schon ganz schön vermisst. Let mich!